Bakterien tragen in der Natur natürlich ihr eigenes Erbgut und häufig zusätzliche Erbinformationen in Form von kleinen DNA-Ringen. Diese DNA-Ringe können isoliert werden und bezeichnet man als Plasmid. Solche Plasmide besitzen in Molekularbiologie eine große Bedeutung. Möchte man zum Beispiel ein weiteres Gen in ein Bakterium einschleusen, benötigt man Genfären. Als solche Genfäre kann man zum Beispiel Plasmide nutzen. Diese öffnet man dazu und setzt dieses neue Gen hinein. Dieses neue Konstrukt wird anschließend in Bakterien eingeschleust, zum Beispiel mittels Elektroschock. Diese Bakterien tragen nun die neuen Eigenschaften, die durch dieses Gen vermittelt werden.